Mein Name ist Fabian, ich bin Stationsleitung der Station 3 in der Schlossbergklinik. Warum ich Stationsleitung geworden bin, weil ich einfach schon immer interessant fand, wie so eine Gestaltung von einem Team ist, aber auch wie man zusammen als Team gemeinsam Dinge erreichen kann. Man arbeitet eigentlich täglich Hand in Hand zusammen. Gerade bei einer großen Station hilft es ungemein, wenn man da jedes Mal jemanden hat, der im Background ist und einen dabei unterstützt. Die Arbeit in der Schlossbergklinik definiert sich einfach darüber, dass man die ganze Zeit Hand in Hand gemeinsam an Patienten oder im Team arbeitet. Komm du zu uns ins Team und unterstützt uns bei der Genesung der Patienten.